Es ist ein Bild des Abschieds, ein Bild, in dem zwei Phasen, zwei Stadien in der Existenz eines Menschen gezeigt werden. Die untere Figur steht noch fest auf dem Boden, hat weit aufgerissene Augen und sieht geradezu erschrocken aus, während die obere Figur ihre Augen fast schon geschlossen hat und sich eben in einem Zustand des Entschwebens befindet. Es ist sehr trocken gemalt. Es hat sich eben eine sehr matte Oberfläche ergeben aus der malerischen Prozedere, was für eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Kirchenwand spricht, was eben dafür spricht, dass das Ganze doch auch eine semi-religiöse Dimension in sich hat.